Hallo alle zusammen, das hier ist eine kurze Aktualisierung bezüglich meiner Weihnachtslieder. Wie ihr von meinem YouTube-Kanal hier entnehmen könnt, habe ich von einigen Weihnachtsliedern schon den Trailer die Vorschau hochgeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Einige Videos sind jedoch noch in Bearbeitung und noch nicht ganz fertig. Ich weiß, die Weihnachtszeit ist eigentlich schon zu Ende, beziehungsweise war gestern der Tag der Heiligen Drei Könige und somit die Beendigung der offiziellen Weihnachtszeit. Mich persönlich hält das jedoch nicht davon ab, alle noch ausstellenden Weihnachtslieder von mir hier auf meinem YouTube-Kanal hochzuladen. Denn ich finde, dass bis mindestens Ende Jänner die Landschaft und die Stimmung noch sehr winterlich ist. Vor allem bei uns hier in Tirol befinden wir uns im tiefsten Winter. So viel zum Thema Weihnachtslieder und auch Winterlieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie immer, bleibt dran, seid gespannt. Ah, und noch was. Meine neue Single Only a Mother wird voraussichtlich im Februar erscheinen und ist dann überall erhältlich. Hier jetzt schon mal eine kleine Vorschau für euch. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.